Tanzen Ja ja Halt dein Maul, du kannst deinen Namen tanzen Ja, wer ist der Waldorfschüler? Ich oder du? Ich? Und? Sie sind Waldorfschüler Ich bin Waldorfschüler Ich bin stolz drauf Ich mag dir keine Crossfire seine Namen tanzen Ist so Hör auf zu lachen ist nicht witzig so Das ist nicht lustig Das ist neu Vor das hängen geblieben Opfer muss einem leid tun Ja eben ey, tue ich euch leid Also mir nicht Halt dein Maul Geh nimm mal Bombe, ich picke mal einen von Jo, ich hab ne Ecke gefressen A unten Hallo, A unten Andres A unten Andres Mal Komm wir gehen ab Ja genau Holt ihn euch, los Hier ist auch top Was macht ihr? Es ist hier weh Achst du schon so ne Aufnahme? Ah! Nein, noch nix Ich mach das jetzt Brain macht das win Brain macht das Fertig Nein, 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 ne, vertäuscht du dich Der ist mit, der kommt an Land oder Tauern Ja, das ist ja Ja, das ist ja Ja, jetzt ist es Er ist es, er lebt wieder Ja, ich lebe wieder Aufmarsch von den Toten weiß wie es geht es auch nicht Ja, ich auch nicht Keine bösen Wörter! Ich bin fast sauer! Nein man, keine bösen Wörter! Einer ist Bridge, fickt euch den mal! Bridge? Ich wollte A! Jaaaa! Oh! Ich weiß nicht ob Papa weg ist! Was war das denn?! Halt dein Maul Alex! Ich muss Schlamm tanzen! Ich muss Schlamm tanzen! Geh Buchstaben tanzen! Du Hässlichkeit! Halt dein Maul! Wir mussten mal Clantreffen machen und dann unsere Buchstaben tanzen! Tja aber wir nicht wissen wie wir aussehen! Warum müssen wir erst unseren Namen tanzen? Warte, dann treffen wir uns irgendwo und tanzen! Sonst holt der rum mir! Ich hab 1 HP Alter! Jetzt sag! Sag doch jetzt was du von mir wolltest! Ich mach dir morgen ZP! Mir? Ja! Warum? Weil ich Handykarten hab! Laber kein! Mach mal jetzt im Ernst! Ich krieg die Augen! Ja? Ja! Wie viel? Den Stück! Was? 10 Stück! Ja wie viel ZP? Keine Ahnung! 30, 60.000! 600 hab ich gehört gerade! ich weiß was jetzt ernst ja machst du auch Junge du hast auch gar nicht gekauft von mir du kannst du umsonst geben bist du das Geizkragen alter Alter mach dann selber und gib dir die Information dann kannst du schon bei dem Kopf landen Konzerne und Fressor wenn das Jahr Montag ich habe gerade mit einer freut mich man hat den Sohn der Schwerz in der Hölle er hat den Fressen auch nicht so dreckig ich habe mich gesagt so als einfach deine Fressor hat verstehst du eigentlich kein Deutsch oder so ich hab mir damit du das krass auch auf der Schrift der Fall auch ja er hat er gesagt heute bin ich beleidigt ein der heute eine ein Prozent der Laufsäure er hat mich lieb ich mich auch um uns zu verfallen die und den Klarnamen und den Klarnamen mit Sternchen holla, aia, fuck Schnauzeiten spinnt dir weh jetzt kommt der jetzt rass ich aus mit aufbau Pantschlein, ich geb die gleich mal mit auf Halt einfach deine Fresse Fuck, von wieviel Seiten ist die Zivile gewinnen, man ist so peinlich Brian, die sind beide da, geh weg, geh weg, geh weg Fick Schnitzel Dieser hässliche Junge Geh den, backreep den Er hat null HP Wie, der lebt doch noch Er hält, er hält aber wenigstens seine Fresse, er hat gehaft Spaß, der macht Spaß das Sollt seine Fresse halten, du Huren so, verstehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Ich weiß auf jeden Fall, dass du Mutterkomplex sagst B, 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 B Wer kommt, wer kommt? Deine Mutter Deine Mutter Deine Mutter das darfst du sein ja ha 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 hör doch auf mann ich kann so nicht spielen 63 ha 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 Hör mal auf! Wie so ein Schiff ist deine Mutter, Alter! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte! Die fette Schlampe, Alter! Warte! Dicker ja! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Wer ist denn jetzt ausgerattet? Yo, 34, Mitte! Scheiße, Leute! Der hat nichts mehr! Nochmal, B-Rush! Alles klar, Babo! Schau, was wissen wir, der Babo ist! Fass Grenade! Feuer in den Halt! Feuer in den Halt! Fass Grenade! Fuck, ey! D'oh! Boah! Hint aus! Shit! 35, das gibt es nicht! Nein! Nein! Ich, ich hab's doch meg…… Warte, ich hab's doch mit, was ich mag! Warte ich gerade auch! Die kommen alle Mitte! Fuck! Feuer in den Halt! Martin, nimm Diegel! Junge, wir geben den jetzt, komm! Lappen, Lappen! 31 Shit Jetzt kommt, da war der Headshot, Jungs, da war der Headshot Bereit euch schonmal darauf vor Macht schonmal alle Mikrofone, äh, Headset leise Warum sollen wir leise machen? Mach auch voll den Pullis DAWAR DER HEADSHOT! Hahahaha Ist der kaputt, ey! Der war echt krass, der Headshot Ich kick dich gleich mit deiner Mutter in den Arsch ein, Junge Kick, er ist wirklich mit der So, ich hab genug, ich schneid das jetzt zusammen Hast du aufgehört? Jaja Guter Junge